Hallo zusammen, hier ist wieder Heutzala und schau euch wieder für euch in Battle for Esser unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Angelkisten-Opening und dazu bin ich mal wieder auf einem Zwing. Mit dem haben wir ein paar Angelkistensäcke, je nachdem wie ihr es betiteln möchtet. Und wir versuchen wieder ein paar Angeln rauszuziehen, denn ich würde da noch ganz gern was für Transmog mir holen. Und ja, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. 12 Kisten haben wir mit dem hier und das Tagebuch ist wieder drin. Warte, das lernen wir gleich mal. Die ersten beiden Kisten waren schon mal nix gescheites, aber ein Achievement haben wir gekriegt hier für den Twink. 3 und 4 waren auch nix. 5 und 6, nob. 7, 8, 9, 10. Ich kriege halt nur graue Items und ein paar Kupfer. 11 und... Yes, da ist eine Angel drin, oder? Ist das die richtige? Knöcherne Angelrute. Okay, jetzt, Moment, jetzt muss ich es richtig machen. Also das ist jetzt beim Twink, da werden jetzt weniger Sachen angezeigt, weil halt hier andere Rezepte drin sind. Aber, wie muss ich das jetzt machen, dass es mit den Angeln checkt? Ich glaube, ich muss so das scannen, ne? Dass er es jetzt checkt. Weil die kann man nicht wirklich als Transmog lernen, aber fürs Addon kann ich es lernen. Nice. Okay, das ist jetzt die erste Angel. Ich glaube, das letzte Mal waren wir bei 140. Nachdem sind wir dann bei 160. Jetzt habe ich zumindest schon mal eine. Sehr schön, sehr, sehr schön. Meine Motivation war jetzt gerade schon ziemlich im Keller, muss ich gestehen. Also schon ziemlich, ziemlich im Keller. Und das hat das Ganze jetzt natürlich wieder, ja, gut nach oben befördert. Sagen wir es mal so. Das waren jetzt, ähm, der wievielte Try war das? 152 habe ich jetzt aufgemacht, ne? Jetzt brauchen wir noch acht Stück. Dann haben wir die 160 voll. Muss ich mal gucken, ob ich auf dem anderen Twink überhaupt noch genug Säcke habe. Und dann werde ich mal was anderes probieren. Und zwar ein Viewer von mir, ähm, hat mir geschrieben, dass man anscheinend, auch wenn Timewalker ist, sich die Angelsäcke bei Nordend und Kataklysm-Timewalker holen kann, über diese Timewalker-Marken. Und da habe ich mit dem Main noch einige rumliegen, weil ich da immer schön die Quest mache. Und mal gucken, vielleicht werden wir da mal ein paar aufbrauchen, ja. Ähm, ich will jetzt nämlich langsam so dieses Angelding mal abgehakt kriegen. Cool wäre es, wenn es vor Shadowlands fertig wäre, weil in Shadowlands möchte ich dann eigentlich nicht mehr mit den ganzen Chars angeln. Das frisst nämlich tatsächlich doch schon ein bisschen gut Zeit. So, dann machen wir jetzt hier noch die restlichen Kisten auf. Ähm, acht Stück, ne? 13, 14, 15, 16, 17, Nummer 18. Komm, die zweite Angel, das wäre jetzt richtig gut. 19, 20, sollte leider nicht sein, aber, Leute, ich bin überglücklich, dass ich zumindest schon mal eine habe. Jetzt brauchen wir nur noch die zweite, diese, ähm, und ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir die noch raus. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass wir da noch Glück haben. Warte mal, hier müssten wir sehen, Juwelenbesetzte, genau so heißt die, mir ist es gerade entfallen. Die brauchen wir jetzt noch, und ja, mal gucken. Vielleicht haben wir die auch das nächste Mal drin, oder einen der nächsten Male. Wenn ihr wollt, schaut da dann wieder rein, wenn ich wieder genug Säcke habe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Tela, bis dann. Ciao.